einen wunderschönen guten morgen wir haben freitag den 17 mai 2019 heute ist idaho day ja falls ihr nicht weiß was das ist google da mal nach ist eigentlich ein sehr wichtiger fach in deutschland und auf der welt ja und draußen da sieht man gerade nicht ist es am regnen den ganzen vormittag und den ganzen nachmittag hin soll es wo regnen zum abend hin haben sie besseres wetter angesagt sind wir mal gespannt ob das wirklich so wird wäre schade wenn weil sonst können wir nicht wirklich was unternehmen und wir unternehmen ja doch gerne was wir sind auf dem weg jetzt ins ahrtal da waren wir letztes jahr auch zur selben zeit welch ein wunder ja geschlafen haben wir gut auf dem platz kann man nicht meckern und ja jetzt heißt es los waren jetzt heißt es los waren ja nämlich du fährst dann musst du üben ja das ist auch mal ein novem im urlaub dass ich fahre so gefrühstückt haben wir angekommen sind wir in dreck unserem weindorf und jetzt geht es nach bad 9 ahrweiler als bad 9 ahrweiler einkaufen weil wir wollen erdbeeren kaufen damit wir bei diesem diesel wetter wenigstens noch ein erdbeeren kaufen können mit schlags an ja man macht ja das beste daraus wobei es wird schon heller und ab zwölf haben soll kein regen mehr geben ab 14 uhr soll sogar ein bisschen die sonne rauskommen wir schauen mal genau so sieht es aus so dann wollen wir los fahren so 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 ich bin einfach mal gespannt ich bin einfach mal gespannt wie unser wochenende hier im ahrtal wird ist ja jetzt unsere letzte station auf unserem urlaub ja so und dann schauen wir mal das ist unser stellplatz hier im mailschoss wir haben wasser auf jeden fall hier das ist dort hier das ist dort gerade in der hochsaison Anfang August und dann September hin würde es sich lohnen auf jeden fall nachzufragen ob hier Platz ist weil hier sind Weinfeste das ist eine Weinregion wie gesagt wir beziehen unser Wein der selbe hierher da müsstet ihr nachfragen also in der in der Lesezeit das ist definitiv schwierig also wir haben immer bisher wenn wir mal im September oder in der Lesezeit hier waren dass wir immer noch Glück gehabt haben dass wir noch einen Platz gekriegt haben aber das ist jetzt nicht die Regel ich meine und wir fahren einen VW-Bus den kriegt man immer noch mal irgendwo zu zwischen und beim letzten mal haben wir an dieser Hütte sozusagen daneben ist noch eine kleine Grünfläche und da haben wir dran gestanden also die haben uns irgendwo noch untergekriegt genau weil die die diese Hütte haben die waren nicht da und haben so ach stellt euch da hin das passt schon also wunderbar also die machen hier was da sieht man das ist schön an Campinggasse also man kann stolz sein aber beim Wohnmobil könnte es schon schwierig werden also da ist das nicht so einfach das müssen wir auch gleich sagen dieses Camping ist hier ausgeschildert da muss man aufpassen den Weg den wir hier gefahren sind den man wahrscheinlich auf der Kamera aufsehen kann den würde ich als so ein Camper der da hinten steht also den wir ja vorhin gesehen der da hinten der da hinten mal gucken was ich schneiden muss also ich glaube nicht dass der den Weg herkommen ist also das ist echt ziemlich eng selbst für einen Bulli ist das schon eng wenn dann ein zweites Auto kommt geht eigentlich fast gar nicht mehr da muss man warten und wenn ich mir vorstelle da kommt so ein Camper und noch ein Camper also es gibt so einen Außenweg der finde ich den sollte man besser beschildern aber das ist schon seit das Navi lenkt einen direkt durch also durch die engen Gassen da durch das ist schon doof wenn das Navi sowas macht ja wir werden uns jetzt noch ein bisschen ausruhen und einen Film gucken weil Beta ist noch nicht so Bombe und nachher hoffen wir dass das besser wird und dann werden wir auch noch mal uns auf den Weg machen wie immer hat glaube ich geklappt sieht nach Sahne aus da ist Sahne keine Butter und da haben wir den lecker Erdbeerkuchen den werden wir uns jetzt zu Gemüte ziehen genau guten Hunger das ist aber auch gleich nervig wenn jetzt hier super so der Kuchen hat geschmeckt genau den Hubschrauber haben wir erstmal nochmal gefragt hier was es mit dem auf sich hat der Spritz gegen Mehltau soll sehr stinken weil das schwefelhaltig ist und es ist klebrig aber es ist angeblich nicht gefährlich für den Menschen aber nichtsdestotrotz müssen wir nicht da unbedingt runter sein wenn er dann da fliegt genau werden wir in die Richtung gehen wo die nicht mehr sind gerade wenn es klebrig ist unsere Technik würde uns das sehr sehr blöde ja nicht so schön genau wir gehen nämlich jetzt in die Weinberge den Rotwein Wanderweg werden aber wahrscheinlich nicht bis recht laufen sondern neben die Maischlosserecke das ist auch schon ein ganz schönes Stück was man da jetzt laufen kann und da nehmen wir euch jetzt einfach mal mit genau so von hier oben ein Blick auf den Campingplatz zur Bergwiese und man sieht überall Weinreben Weinreben, Weinreben, Weinreben und falls einer sucht da sind auch Weinreben wir suchen jetzt einen Platz um ein bisschen die Drohne fliegen zu lassen und wenn wir Glück kommen finden wir ihn ja und sollte am besten nicht der Hubschrauber in der Nähe sein dann ist das hier auch so das ist hier auch so nochmal sichtig ja wir reiten und sichtig oder so oder so oder so da war kein Schicht die Erde hier noch nicht ja die Glocke die Glocke die Glocke die Glocke die Glocke der macht immer noch so ein riesen krach ja das ist die große biene genau die kleine biene ist jetzt wieder gelandet die ist gelandet und hat hoffentlich schöne bilder gemacht das werden wir uns dann am campingplatz entsprechend anschauen ja wir laufen hier den rotwein wanderweg im ahrtal den würden wir euch natürlich sehr sehr empfehlen also wenn ihr mal im ahrtal seit ja dann geht den rotwein wanderweg der geht von was ist das dahinten alten ahrweiler ahrweiler und geht richtung bad 9a dann ist es alten ahr so rum von alten ahr bis ein bisschen verwirrend aber sehr schön der weg also wirklich kann man empfehlen ich finde persönlich diese ecke wo wir jetzt hier sind sozusagen beziehungsweise da müssten wir noch weiter laufen in die richtung das ist dort in die richtung das heißt der weinberg macht hier so eine kurve finde ich persönlich am schönsten aber das ist ja immer geschmackssache genau da geht es zu unserem weindorf nach recht also mein schloss recht das kann man gut laufen haben wir theoretisch morgen vor wir wissen es aber nicht weil da muss wirklich das wetter mitspielen aktuell sagt das wetter er nicht wobei die vom campingplatz gesagt haben wenn der große vogel in der luft ist dann ist auch erstmal in der nächsten zeit nicht mit regen zu rechnen weil sich ansonsten dieses schwefelzeug wohl wieder von den trauben oder beziehungsweise von den pflanzen sich löst also dann würde das halt nichts bringen gegen diesen mehltau hat sie gesagt dann hoffen wir auf die einheimischen und der alten bauernweisheit weil es wäre schon schade wenn wir jetzt im ahrteil sind und das wetter würde uns rein regnen das wollen wir ja nicht aber wenn es so sein sollte machen wir natürlich trotzdem das beste draus so jetzt mache ich die mal aus weil ich habe das böse gefühl dass ich bald nicht wieder auf die schnauze packe weil ich nicht auf den weg achte sondern auf die kamera wenn ihr in der region seit und ihr macht einen besuch über den rotweinweg dann können wir euch auf jeden fall das restaurant hier das weinhaus michaeleshof empfehlen wir waren vor zwei jahren zu schwiegermamas mamas 60 geburtstag genau und war richtig gutes essen also kann man echt nicht meckern war schön und war auch schön gelegen gut wir haben drin gesessen weil ich glaube das wetter war jetzt nicht so bombastisch es war ende april also da kann man manchmal auch schlechtes wetter haben auf jeden fall lohnt es sich wenn man den rotwein wanderweg geht nicht so wie wir die erste mal schoss dumm und durstlich nach restaurant gesucht haben und im endeffekt sind wir hier gelandet oder zum glück wie man es nehmen bis 5 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es wird Zeit für ein lecker Essen mit einem wunderbaren Wein. Den wir nochmal ganz frisch geholt haben, weil wir ja keinen mehr hatten. Also wir haben ein bisschen zu viel gesoffen. Ein 2018er Inspiration. Und Rosé süß. Ja. Weil ich mag sie nur süß. Die liebe Hilde ist leider heute noch nicht da gewesen, aber sie wird morgen da sein, dass wir uns nochmal die schönen Weine raussuchen können. Sie wird uns bestimmt dabei behilflich sein, nämlich für unsere Hochzeit. Dass auch jeder, der gerne einen Wein trinken möchte, auch was Schönes hat dabei. Genau. Und nochmal, ich trinke gerne süß. Ich mag es immer süß, deshalb bin ich mit dem da zusammen. Genau. Ich finde den gar nicht so schlecht. Für den Sommer ist der super, schön leicht. Und ja, vor allem das Schöne ist, bei dem süßen Wein kriegt man wenigstens keine Kopfschmerzen dabei. Und das ist sehr wichtig. So, dass er mein Kompliment einfach so weglabert, das nehme ich jetzt mal so hin. Das kenne ich nicht anders von ihm so, jetzt mach ich das Essen drauf. Okay. Nudeln, Hähnchen, Kaisergemüse. So ein standard einfaches Gericht. Sehr einfach und schnell fertig und genau. In diesem Sinne. Guten Hunger. Guten Hunger. Ja, doch noch recht schöner Tag neigt sich dem Ende. Wir hatten heute Morgen zwar Regen, aber es ist jetzt noch schön geworden. Wir hatten noch einen wunderschönen Tag auch im Weinberg. Ja, haben lecker gegessen. Werden jetzt noch einen schönen Film gucken. Ja, liken, teilen, abonnieren. Ihr wisst ja, wie das geht. Das könnt ihr mal nebenbei machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein Ende ist von diesem Video oder halt erst morgen. Das werden wir dann sehen. Ähm, ja, genau. Ansonsten, all zu allenseits, sozusagen, gute Nacht. Eine wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es kurz nach acht. So, zwei, drei Minuten nach acht, müsste ich sein. Ja, richtig, zwei Minuten nach acht. Und, ja, wir holen uns jetzt Brötchen aus dem Dorfe. Fängt ein bisschen an zu nieseln. Aber, ja, wir haben ja Mützen auf. Wir stört das nicht so sehr. Ja, ich denke mal, gut geschlafen haben wir. Ja. Das war jetzt ein bisschen frisch am Morgen. Wir hatten ja nur so ein bisschen sieben Grad. Aber so die Nacht selber ging. Das konnte man einigermaßen aushalten. Und anscheinend feiert hier jemand sein dreißigsten Geburtstag. Ja, ja, oder Tempo 30. Könnte auch sein. Das neue Tempo 30 Schild, gemalt von Kindern. Gegegenfalls, wenn die das öfters machen, dann ist es das Blut von den Kindern, weil sie platt gefahren worden sind. Aber eigentlich kann man hier mehr als 30 auch nicht wirklich fahren. Das macht so fast. Ich bin hier mit 20 gefahren. Deshalb. So, mal gucken, was der Bäcker uns so bietet. Schauen wir mal. Das ist das Lustige. Wir haben hier eine Fleischerei und zwei Bäcker, aber keinen Einkaufsladen. Einen Einkaufsladen muss man tatsächlich dann entweder nach Ahrbrück oder halt nach Ahrweiler. Ja, je nachdem, wo man hinfahren will. Und wir kennen uns in Ahrbrück nicht aus, deshalb fahren wir nach Ahrweiler. Genau. So, dann gucken wir mal, was lecker ist. So, wir sind wieder zurück an unserem wunderbaren Campingplatz zur Burgwiese. Burgwiese heißt er. Campingplatz zur Burgwiese, nicht zur Bergwiese oder wie wir es immer sagen. Zur Seewiese, zum Seeberg. Auch wir haben so viele Namen zu unserem Campingplatz hier im Maischoss. Jetzt wird lecker gefrühstückt. Stefan füllt gerade das Brötchen mit Ei. Genau. Ja. Und die Besitzer sind auch schon da. Jetzt werden gerade die Toiletten schon sauber gemacht und geprüft. Jo, Tatsache. Ja. Jetzt geht es los hier. Und wir lassen es uns lecker bei Ei, Tee und Schinken und nachher noch lecker Croissant. Es einfach gut gehen. Ich wünsche einen guten Hunger. Guten Hunger. So, frisch geduscht und fertig gemacht haben wir uns jetzt. Stefan bringt gerade nochmal das Wasser weg. Und dann wollen wir ab nach Ahrweiler einkaufen und dann wollen wir ab an die Burg. Hallo. Da sind wir wieder. Auf dem Weg zur Saffenburg. Genau. Wer sich fragt, wo sie ist. Im Hintergrund zu sehen. Da hinten. Da laufen wir jetzt hin. Eingekauft haben wir für heute Abend. Stimmt gar nicht. Für heute Mittag. Ja. Weil heute Abend. Wollen wir ja so eine kleine Weinverköstigung machen. Genau. Also er will. Ich nicht. Ich brauche das nicht. Ja, du probierst ja auch das eine oder andere. Ich trinke das Wein. Ich trinke das Wein. Genau. Ich habe genug Wein gestern geprunken. Da habe ich Born nicht mehr. Ich trinke dann wieder. Eigentlich trinke ich nichts, weil ich weiß, was ich mag. Ja, aber du kannst ja mal die neuen Sorten probieren. Habe ich gestern. Fast eine ganze Flasche. Die liebe Hilde wird dir bestimmt was angeben. Ja, sowieso. Kommt mich nicht drum rum. Aber es schmeckt dir auch. Und das ist das Komische. Es schmeckt mir hier immer. Aber zu Hause dann nicht. Also ich weiß nicht. Ich muss glaube hier im Ahrtel. Da kann ich auch mal ein Glas Wein trinken. Naja, doch. Zu Hause schmeckt es dir auch. Ja. Aber anders. Das ist aber so. Das ist normal. Hier ist andere Luft. Genau. Schmeckt der Wein dann schon mal anders. Dann wissen wir, was wir machen müssen. Wir müssen dann nachher einen Müllbeutel so leeren. Und fangen einmal die Luft hier ein. Achso, damit du die einatmen kannst. Ja. Das ist eine gute Idee. Hier unten ist die Eisenbahn. Und zwar aus Ahrbrück nach Rehmagen beziehungsweise nach Bonn. Von Ahrbrück geht es nach Bonn. Von Rehmagen geht es nur bis nach Bernau. Genau. Also man kann auch mit der Bahn hier anreisen. Genug Schlafplätze gibt es immer. Wir haben gerade auf dem Park & Ride Parkplatz uns hingestellt. Muss man allerdings sagen, ich glaube 4 Euro Tagesticket. Ja. Also ganz billig ist das nicht für Park & Ride. Schade. Normalerweise. Park & Ride, ganz ehrlich, muss kostenlos sein. Ja, das denke ich auch. Da muss man ja mit der Bahn fahren. Okay, wir fahren das nicht mit der Bahn. Also das halten wir immer in unserem Mund halten. Aber naja. Dann gibt es. Und da wartet mal. Gibt es da unten noch einen Wohnmobilistenplatz. Der kostet. Ich glaube 6 oder mittlerweile 8 Euro. 8 Euro. Da ist aber Strom mit dabei. Ja, Müllentsorgung. Müllentsorgung ist mit dabei. Und Frischwasser kostet glaube ich ein bisschen extra. 10 Liter 10 Cent. Ja, so war es genau. Und dann Toilettenentsorgung, Abwasserentsorgung ist natürlich kostenfrei. Ja. Und er kommt öfters am Tag. Also man muss sich nicht denken, dass man irgendwann nachts hier auftaucht. Dann hat man vielleicht frühmorgens schon ein Ticket dran. Also man wird hier zur Kasse gebeten. Ja, oder es erklopft dann, ne? Erklopft dann. Aber nicht mehr nachts. Ganz nett aber. Da kommt es ja nicht mehr. Aber viel ist nicht erlaubt. Du darfst hier zum Beispiel auch nicht grillen. Grillen und alles. Und wir sind leidenschaftliche Griller. So und jetzt hier schon mal. Einen schönen Blick. Auf da geht es gleich hoch. Genau. Fahrrückt wieder heute. Und hier die schönen Weinreben. Das muss man ja auch mal zeigen. Wir haben die Burg erklommen. Also die Reste. Die Reste. Auf jeden Fall schöner Ausblick. Das sieht man im Hintergrund. Das ist das Weindorf Rech. Da holen wir unser Wein immer her. Ja. Und jetzt versuchen wir etwas. Mal schauen, ob es klappt. Ich hoffe es zumindest. Ich auch. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es zumindest. Wir haben unsere Aufnahme gemacht. Sie wird wunderschön werden. Glaube ich auch. Wir werden sie uns glaube auch relativ zeitnah anschauen. Ja. Wir wollen ja noch Lust. So hinter Stefan. Wenn er jetzt mal den Pfeil da mal auf der Sitz kriegt. Da ist recht. Da gehen wir heute Abend hin. Und zwar wenn alles gut geht. Und das Wetter mitspielt. Und noch geht es. Da hinten diesen Weg. Über diesen Weg rüber. Genau. Genau. Einmal der Höhenrichtung. Ist das nochmal ganz gut gezeigt. Jawohl. Und dann geht es. Der Rotwein Wanderweg. Direkt nach Rech. Und zurück laufen wir direkt an der Bahn. Entlang ist es ein bisschen kürzer. Ja. Wenn ihr hier in Maischoss seid. Hier im Ahrteil. Besucht unbedingt die Saffenburg. Sie ist wirklich. Es lohnt sich. Die Saffenburg ist ganz nett. Es ist zwar nur eine Ruine. Wie ihr auch auf dem Video erkennen könnt. Aber es ist trotzdem sehr schön. Bisschen. So. Und wir gehen jetzt wieder runter. Weil hier oben gibt es nichts weiter. Ne. Also. Bis später. Nicht dass es heißt. Wir vergessen etwas. Hier genau. Da unten. Gibt es natürlich was. Nämlich eine Gaststätte. Und zwar. Ja. Da sind die Bänke. Und da ist auch die Hütte. Man sieht auch den Schornstein. Genau. Da könnt ihr auch das Leibliche wohl. Unten steht aber ob die offen ist oder nicht. Auf achten. Also nicht dass ihr hier hochkommt und euch muss was trinken. Nehmt euch immer ein Wässerchen mit. Besser ist. Meins ist schon fast leer. Also von daher. Man schnauft hier schon ganz gut hoch. Genau. Ist auch eine super Nase. Wir sind auf dem Weg zum Rotwein Wanderweg. Der da hinten irgendwo ist. Eigentlich da oben. Da oben wo die Leute laufen. Aber wir haben uns gerade mal überlegt. Wir stellen uns mal über. Kurz mal unter eine Überdachung. Genau. Weil. Es hat mal kurz geregnet. Oder es regnet immer noch kurz. Ja. Es ist so ein leichter Nieselregen. An sich nicht schlimm. Aber. Naja. Wenn man mit der Technikum herläuft. Will man ja dann doch nicht erst werden. Genau. Können ja im Moment die Wolke abwarten. Danach wird es wieder heller. Genau. Es ist jetzt nur eine graue Wolke. So sieht es aus. Ja. Sind wir mal gespannt. Wie lange es dauert. So. Stübbeln tut es noch. Aber das hat gegossen. Ja. Also wir waren froh, dass wir angehalten haben. Das hätte uns volle Kanne erwischt. Jo. Jetzt hoffen wir, dass es einigermaßen trocken bleibt. Und wenn nicht. Ja. Dann sehen wir bei Helder aus. Wie zwei nasse Pudel. Zwei begossene Pudel. Genau. Naja. Wird schon hinhauen. Hoffen wir mal. Wir sehen zumindest das Licht am Ende des Tunnels. Ja. Da hinten. Da ist schön. Ja. Da hinten ist auch schön. Aber ob es da schön ist, wenn wir jetzt hingehen. Das werden wir dann gleich mal sehen. Weil da. Anni. Das kann ja sein. Wo ich der von mir geschaut hat. Da. Ja. Hinten. Ist auf jeden Fall hell. Ja. Aber die schlimmste Front soll wohl weg sein. Ja. Das habe ich auch schon gesehen. Ja. Und liebe Wetter-Apps, Leute. Also der Regen, der war zu sehen. Dass ihr das überhaupt nicht erkannt habt. Scheußlich. Zwei Apps haben gleich gesagt. Nö. Es ist kein Regen. Bis 17 Uhr. Genau. Genau. Verlässt du dich auf Wetter-Apps. Okay. Irgendwo auf dieser Welt ist es gerade 17 Uhr. Aber dann muss es auch da regnen. Und nicht bei uns. Ja. Ja. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.